Jetzt gibt es für euch die Hex, Hexagon. Das ist mir ja auch erst sehr spät aufgefallen, dass sie so heißt. Ich glaube, die wird toller. Also, Tropic lächelt mich an. Sieht irgendwie geil aus. Ja, die sieht auch irgendwie illegal aus. Ja. Dann, let's go! Das ist halt so eine geile 20 Euro-Band. Ist schon, ist solide. Ist okay. Kann man machen, ja? Vielleicht ist es nicht schön. Vielleicht ist es nicht schön. Ja. 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 Ja.